Das sieht so gut, das Video, holy shit. Oh, das kenne ich schon. Was, was, was? 250K im Minus. Du wirst mindestens 10,000,000 a month on average. We're beating a dead horse. You're saying the same fucking shit over. That's right. There you go. Because it's not getting through to your fucking thick head. It is getting through my head. Is it? You're saying the same shit over. We owe so much money. Band-Aid, 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 Band-Aid. Mommy, Mommy, Mommy. Fuck off. No, it's not Mommy, Mommy, Mommy. She doesn't give me money every fucking day. Oh, what, like quarter million fucking dollars? No, she doesn't. Has it been paid back yet? No. Do you want to fucking fix it or what? Or are you going to keep on talking about it? I don't want to fix your fucking mess. No, I don't. The business filed out of control. And you want me to come in here, wave a magic wand, kiss your ass. No, I'm not saying that. Which I'm never going to fucking do. I don't want you to kiss anybody's ass. That's what you want. You can sit there and say that you don't feel bad. It's not like I'm sucking or dry. One man's delusion taking everybody down and totally oblivious to the issue. Chicken bones and eggshells. When was this thing? Months ago. Darren, are you fucking kidding me? That's not a . Imagine. That's me, yeah. Stop it. When was the last time this was cleaned? The six burner itself I detailed a week ago? A week ago? Yeah, the whole Sixburner. That's bullshit. This was cleaned a week ago. Digger, guck mal, Alter. Ah, Digger, das ist richtig eklig gerade. Ah, Digger, what the fuck. Boah, Digger, Regner und Aaron, eat your spoon. Have a taste. Boah, das sieht, boah. Warum sieht das schon so eklig aus, wenn die es vom Level... Boah, Digger, mir grad so schlecht, ne? How many fucking scoops do you need to take, before you go to the shit? Or do you want to go down to the most famous stretcher in New Orleans for fucking killing people? Digger, der Löffel ist da einfach drin stuck. You're charging fucking money for that! Bleh. Senor, who showed you how to make a fucking tamale like that? We don't make the money, because our kitchen's too small. That's all bought? Yeah. You've never made a fresh tamale? Did you taste that mole sauce? Yes, I don't have a problem with it. It tastes shit. I mean, you might not like it, but I do. You see how dry that chicken is? It wasn't dry. What? No, I mean, no. The only reason it's not dry is because you cover it with sauce. That is unedible. That's bullshit, man. And the way you're saying that every single people that come into our restaurant get sick. That's bullshit. A whole table falling out. Digger, du kannst, egal wie persönlich mad die sind, ja, auch wenn das vielleicht ein bisschen stage ist, aber ich glaube wirklich schon, dass da auch viel echt ist. Und klar wird auch viel für Drama gemacht, aber du kannst einem Gordon Ramsay sagen, was du willst, der Typ wird in jedem Fall recht haben und nicht du. You're not gonna get sick. So they're lying? Maybe. Are you fucking blind? No, you're blind. That's lit. Ah, Digger. That is gone. Das ist so eklig. What does that say? January 28, 2019. That's 18. Is it? Äh. Äh. Can't read it. You can't see 18 on there. I can't. I thought it was a 19. We're still serving it. A year old. I thought. Digger, dieser Moment, wenn du einfach denkst, dass das Ablaufdatum ein Jahr später ist. Digger. Das muss doch kontrolliert werden, man. Was ist das, was wir für die Cocktails benutzen? It says a King shrimp. It's a Black Tiger. Fucking hell. Ja eben, vor dem hätte ich viel zu viel Respekt. Ich würde mich da keinen Meter was trauen zu sagen. Gut, du griffst deine Küche. Ja. Äh. Das tun wir jetzt Smog Save hard. Eklig. Wie der permanent weiter lügt in der Hoffnung, dass er ihm irgendwas abkauft. Digga, der Typ hat's. Das ist ja nicht nur Show. Klar hat der auch Show, aber der ist ja nicht umsonst zu fame. Maybe chicken, hat er gesagt. To you, this is what I saw them do today. Chicken doesn't go that dark in 12 hours. That is not a day old. Don't stink. We just did these today. That's not from today. Maybe chicken. Yep. This was done today. I don't know why you give me these lies. I'm not lying to you. This is what I saw them do today. Chicken doesn't go that dark in 12 hours. That is not a day old, my friend. Das ist das Gas-Ding, Digga. Was ist das? Oh, mein Gott. Bah. Bah, das ist, das ist, das ist, das ist schlimmer als jeder andere Toss auf Twitch gerade, finde ich. Bah. Cut the bullshit now on this one. That is green. How old is that? That's probably today. So there's the problem. You were just saying, Tommy, you don't know. Ja, ja, scheiß. Rosie, where was the last time this was green? I don't know. What do you want me to say, I don't know. Digga, das ist, sowas müsste Echthaus sein, oh shit. Das ist gas-Ding. I don't know. You don't know. You don't know. You don't get pissy with me. I'm not getting pissy. You just telling me something. I ask you. I should know. And I'm telling you, I don't know. Catfish. Das glaube ich dir. No, and you can't ask me. So have you ever cleaned me? So wie die Küche, die Küche, da ist auch ein Catfish. No, I have not. It's a swimming pool in Greece. Nur noch Restaurants bestellen, in denen man in die Küche gucken kann. Eigentlich wirklich. Weil das ist eigentlich das Transparenteste, was du machen kannst, wenn vor dir zubereitet wird. So wie in einem Dönerladen im Prinzip. Oder wo du, guck mal, auch hier, du siehst, dass das nicht sauber gemacht wird, weil auch das alles sau fettig ist und so. Weil sowas, klar, Küchen und sowas, sowas vergelbt schon, aber nicht, wenn du halt sowas auch regelmäßig, auch die Fugen, das ist alles so dirty, Digga. Wisst ihr, was noch dazu kommt? Wir vergessen gerade, nicht nur die Küche muss ja sauber sein, sondern auch die Angestellten, also es ging jetzt mal dumm, aber auch die müssen ja hygienisch arbeiten und auch selber hygienisch sein. Imagine, ein Koch wäscht sich nicht die Hände, hat eklige, dreckige F... Digga, ich kotze gleich, ich glaube, ich kann nicht mehr außer jetzt essen gehen. Das ist wirklich zu krass. Oder die müssen auch Hauben tragen oder gucken, dass keine Haare ins Essen fallen oder diese ganzen Sachen, da darf es eigentlich nicht staubig sein. Ob die auch das, ob die, wisst ihr, ob die Kellen, wo die Suppen mit Scheppen oder Kochlöffel, ob die das regelmäßig sauber machen und sowas, Digga, das ist so krass. Schau an die Cockroaches. Ja eben, wie oft fasst man sich Unbewusstsein irgendwo an, ja, eben, schaffen die jetzt durch diese Hygieneforderung. Ja, das gibt's da wahrscheinlich gar nicht so wie in Deutschland und selbst in Deutschland ist es wahrscheinlich schon extrem, also gibt's schon hohe Auflagen, aber I don't know. Da geht's los. Das ist build-up für drei Jahre. Das ist drei Jahre? Ja. Das sind Jahre. Wenn ich in, da nichts oft in hier. Ich nöte mich nicht, wenn ich in, da bin ich in. Wo ist die Walk-in? Hier, take mich in die Walk-in. Ich schaue mich in hier. Du öffnest die Tür, du kannst du das. Das ist das. Das ist das Problem. Oh, das ist das Problem. Das ist das. Oh. Dead. They're gone. What does that mean? When they're open like that? You can kill someone. Fuckin' right, you can kill them. Yeah. They are lethal. Smell that. We can't use these guys. Hahaha. Hahaha. We never dennause took, nigga. Yeah. They are lethal. We never dennause took, you cuck up. We can't use these guys. Hahaha. Hey. We're getting people sick. They should be watertight. Geil. Bits trimmed. Blood water. Refreshed every day. What is this? Hahaha. Was ist denn da für Schätze aus, Graf? What is this? Ironnated chicken breasts. For who? For the wine. Dicker. Jesus Christ. Ugh. Irgendwie kann man das Video einfach riechen. Wisst ihr was ich meine? Man kann sich das einfach so vorstellen. Das ist so eklig, man. Smell that. Yeah. Smell that. Shit. Smell that. Digga, was sind das doch für Keks, die tun so als, ihr arbeitet jeden Tag damit. Jaja, ich kenn auch viele Stellen davon schon so aus so Best-ofs, aber die arbeiten jeden Tag damit und die wollen mir grad erzählen, dass sie zum ersten Mal checken, wie schlecht die Qualität davon ist. Come on, talk to me. I think maybe there were some older that got dumped on top. They put the old ones up with the fresh ones. I'm guessing that's what happened, yes. They're all gone. That's our last one. That's our last one. Come over here, man. Just, 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 just smell them. Digga, der müsste eigentlich diese, der müsste wirklich diese Hühnchenbrüste nehmen und müsste die alle damit slappen. Also ohne Scheiß. Der müsste die alle so richtig slappen. So bam, Junge. So das ist ja auch sau der Disrespect gegenüber dem Essen. Nicht nur dem Kunden. Das ist ja auch sau dem Disrespect gegenüber dem Handwerkkochen und der Qualität und der Wertschätzung von Lebensmitteln. Digga, what the fuck? Guckt euch das mal an, Digga. They put the old ones up with the fresh ones. I'm guessing that's what happened. They're all gone. That's our last one. Tom, come over here, man. Just, 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 just smell them. I don't know what you want me to say. They're green. I can't get beat up anymore. I'm not beating you up. We're serving this shit. Digga, du hast das einfach nur verdient. No, also, full front. Doch, full front. Yes. 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 Digga, nein. Sowas müsste, sowas, wenn das wirklich alles da real ist, was ich schon glaube, weil sowas, das sieht wirklich nicht staged aus, das müsste zugemacht werden und dürfte nicht mal mehr eröffnen und alle Leute da, es tut mir leid, alle Leute, die das da toleriert haben, die da gearbeitet haben, alle, alle feuern. Und die sollten nicht mehr in diesem Beruf arbeiten dürfen. Das ist ja wirklich traurig. Das ist, Junge, what the fuck? Es gibt auch Leute, die haben nix und lassen einfach alles verrotten. Ja, aber das ist auch sehr traurig. Sehr heftiger Disrespect, vor allem für Fleisch. Weißt du, für, gerade für Fleisch ist es krass, weil, ich meine, alle haben, jeder hat sich bestimmt schon mal mit Fleischkonsum befasst und ihr wisst ganz genau, wo Fleisch teilweise herkommt oder was teilweise auch für Einbußen dafür gemacht werden, dass wir hier einen schönen Geschmack haben oder ein schönes Stück Fleisch und dem Tier. Genau. Das meint, darauf wollte ich eigentlich hinaus, so das Tier. Imagine so. Deshalb ist auch Lebensmittelwaste so fucking annoying. Das ist einfach, wirklich, das ist so ein Disrespect. Ja, Körperverletzungen, Big Dispect im Kunden gegenüber. Ja, Körperverletzungen. Das ist insane. Stell dir mal vor, du kriegst eine Lebensmittelvergiftung. Aber wie kannst du das auch, Digga, egal wie sehr ich das Geld bräuchte, ich glaube, ich könnte das irgendwie auch nicht mit meinem Gewissen vereinbaren, wenn ich wüsste, was ich da Leuten zubereite. Wisst ihr, was ich meine? Du lügst ja jedem, jeder Teller. Sagen wir mal, jeder... Warum auch immer läuft dieses Restaurant ja auch. Keine Ahnung wie. Da sind ja saufviele Leute angestellt. Die müssen ja jeden Tag hunderte Leute haben an Kunden. Sprich hunderte Teller, wo irgendeine disgusting Scheiße drauf ist. Das ist jedes Mal eine weitere Lüge, mit der ich nicht leben könnte. Ohne Witz. Oh, wirklich? Wie muss auch ein Hähnchen gehalten werden, das 3 Euro kostet? Ja eben. Das ist das. Und diese ganze billige Fleischwerbung, dieses Discounterfleisch, dass das immer das Erste im Prospekt ist. Digga, ich könnte jetzt ein Prospekt öffnen. Das Erste, was ich sehe, ist Angebote von irgendwelchen Fleischsortiment. Wir gehen mal in... Es wird instant wahrscheinlich Fleischwerbung sein. Ich brauche ein Prospekt. Okay, die machen sie jetzt tatsächlich nicht so. Aber Rewe kann man eigentlich auch nicht als Beispiel nehmen. Nehmen wir mal... Rewe kann man nicht als Beispiel nehmen, weil die kümmern sich tatsächlich um Nachhaltigkeit und Fleisch und so ein Stuff. Ja. Erste Seite, Digga. Direkt billiges Selbstbedienerfleisch. Ihr seht es ja hier so lowkey. Klar steht auch Bio jetzt und so dran, aber hier auch direkt abgepackte Würstchen, Fleisch. Es ist immer das Erste, was im Prospekt ist. Es ist einfach traurig. Waschmittel. Was ist das? Waschmittel, ja. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das, wenn du zu Hause bist? Ah! Amy, woher gehst du? Boah. Du hast einen weckeren Stomach. Du hast einen weckeren Stomach. Meine Gäste sind es, um es zu spüren. Oh, wirklich? Spüren es? Spüren es? Ich bin hier, um dir zu helfen, aber klar, du kannst dich nicht helfen. Boah. Der Inspektor sollte diesen Ort seit Monaten verletzen. Ja. Und wie kannst du mir sagen, wie du weißt? Du weißt nicht. Du weißt nicht. Es ist 2,000 Euro hier. Du weißt, Aidan. Es ist eine Veriratung! Chat, sind wir in der Kugel线? Nein. Ok, das war schon hart. Das war schon schön, das war schon sehr disrespectful aus von Gordon, muss ich schon sagen. Dieser Move mit dem Handtuch gerade, aber trotzdem. Irgendwo auch, wie gesagt, ich hab eben gesagt die Görner eigentlich geslappt. Du weißt, Aidan. Es ist eine Veriratung! Chat, sind wir in der Kugel线? Nein. Die richtige Antwort. Er kann es auch nicht ja sein. Deswegen ist es wie sauer der ist, ja. Das ist, das ist, du musst halt überlegen, was der für Qualitätsansprüche hat. Eigenes Restaurant, Serie mit geisteskranken Zubereitungen. Der Typ kann wahrscheinlich fast alles zubereiten. So, um dann sowas zu sehen, das muss so ein Disrospekt sein. Irgendwas mit Arschritze, haben die gesagt. Jikes. Da ist wohl nicht nur die Fleischqualität nicht gut oder die Lebensmittelqualität, sondern auch die Umgangsart. Ich glaube, das ist TV-Friendly. Ihr seht wie ein Bikergang aus den 80ern. Ja. Wenn jeder hat eine unterage Mädchen, kann man rafen. Wie kann man da zustimmen, sowas im Fernsehen zu zeigen? Was für unterage-girl-rape? Digga, ey, sorry, dass ich gerade lachen muss, aber das ist eher vor... Vor... Also, da bin ich perplex. Digga, das... Nicht nur, dass die Qualität von... Digga, was zum Fick. Das Video ist ein kompletter Schock. Das muss ich auf YouTube hochladen, wirklich. Die Reaktion werde ich auf YouTube hochladen. Was ist das? Was für... Ich glaube, das ist TV-Friendly. Ihr seht wie ein Bikergang aus den 80ern. Ja. Hat jeder eine unterage-girl-rape? Wir können rafen. Ruf, ruf. Wie schrecklich. Steve. Ja. Willst du das so Witz in der Küche tolerieren? Nein, ich werde es nicht tolerieren. Also, was machen wir es? Wir werden das Problem fixieren. Fixen es. I imagine, du machst einfach so Witz in der Küche. Yes, sir. You've seen everybody in this business over the last two years fall based on that kind of behavior. You need to protect every female customer, every female member of staff. That's the responsibility of an owner. That man is a liability. Keep your fired. Okay. Ah, Digga. Aber das ist doch das Mindeste, was du hättest machen können. Das Mindeste. We can't tolerate that here. Geil, Digga. Aber das ist gerade schon satisfying. You're fired. Geil. Aber verdient ist so. Ist verdient. That man is a liability. Keep your fired. Geil. We can't tolerate that here. I'm definitely not the only person in that kitchen who jokes like that. We all do. But I was just the one that was caught. And that was very embarrassing. What's the relationship going on here? Because you seem to work in here, right? Yeah. If that was my dad, spitting in the food, you'd be gone, man. Wer hatte spitting in the food? Was? Food, you'd be gone, man. Nein, spitting in the food. You put food in your mouth, some of it fell back into the food. Digga. Kenny, there seems to be a lot of bullshit in the app. There's a lot of bullshit, but it all trinkles from Joe Senior. That's not true. You talk shit to me all the time. You're glorified. Guck doch mal auf, wie homophob die sind. Und ich will jetzt nicht, ähm, ich will mir jetzt nicht anmaßen, zu sagen, was ihre Orientierung ist. Aber ich stehe mal, also ich gehe mal davon aus, dass sie jetzt zum Beispiel auf Frauen steht. So, ähm, das ist ja auch so ein Disrespect für die, wenn die das die ganze Zeit in der Küche hören muss. Weißt du, was ich meine? Ihr wisst, dass ich das jetzt nicht böse meine, aber das ist so, wo man sagen würde, es könnte schon sein, dass sie jetzt halt zum Beispiel lesbisch ist oder so. Und das, was die eben halt gesagt haben, ist halt einfach nur... Digga, wie die da rumspuckt. Digga, wie die da rumspuckt. Das ist halt richtigst mad. Das ist wahrscheinlich auch sehr wahr. Digga, aber es ist auch nicht... Wenn die dafür angestellt ist, ja, das Personalmanagement zu machen, der Typ aber kein Budget gibt, um gute Leute anzustellen, das ist doch nicht der ihre fucking Schuld. Und außerdem ist die Hygiene da auch einfach nur fucking disgusting. Das hat nichts damit zu tun, wie viel du jemandem payst. Das ist einfach nur, dir ist deinen Laden scheißegal. Du willst einfach nur Geld machen und dir ist komplett alles scheißegal. Aber, wisst ihr, was mir gerade mal aufhört? Sorry, dass du das nochmal stoppen musst. Aber wenn man mal so guckt, so, das ist das Problem. Hier, zum Beispiel so von der Bar und so, sieht es nicht aus wie ein Ranzrestaurant. Es sieht eigentlich aus wie ein, maybe sogar ein einladendes Restaurant, wo man es reinsetzen würde. Wisst ihr, was ich meine? Und dann siehst du die Rückseite, die Küche und wie die Angestellten da miteinander umgehen und auch die Lebensmittel behandeln. Und das kriegst du einfach nicht mit. Du kriegst den Teller hingestellt und du weißt gar nicht, was da alles passiert ist. Vielleicht hast du das Stück, keine Ahnung, was das eben war, Parmesan oder Gouda, dieser Käse, der wieder in die Schüssel gefallen ist. Und imagine, du hast diesen Teller und du weißt das gar nicht. Wahrscheinlich auch besser, dass du es da nicht wusstest. War das Salat oder Salat? Das war Teig, Salat, Parmesan. Joe Junior, ich brauche zu hören, ich weiß nicht, was ich tun muss. Joe, ich weiß, was du machst. Ja. Du feierst ihn. Joe, ich weiß, was du machst. Ich denke nicht nur, die G ist geschockt, sondern wir alle, oder? Also die Ur-G-Schock. Joe, du feierst ihn. Joe, bleibt dein Vater oder geht? Jetzt, mach eine Entscheidung. Ich denke, er muss gehen. Jetzt, du! Aus! Sorry, Papa. Geh raus. Wow. Ja. Ist das, das ist halt die Frage, ist das jetzt Out of Pressure entstanden, diese Situation, dass er seinen Vater rausschmeißt oder, wisst ihr, ist der danach wieder mit im Boot? So. Ja, seinen Vater rauszuhauen aus dem Business, was er wahrscheinlich sogar aufgebaut hat. Digga. I'm going. I'm going. Let's go. We can't even start to fix that restaurant until we're a little bit more... Das kannst du nicht fixen. Digga, das kannst du nicht mal sauber machen, was die da veranstaltet haben. Das muss man abreißen, die muss man kündigen. Die müssen sich einen anderen Job suchen, die Leute, die das supportet haben. Das geht nicht, wirklich nicht. Das kannst du abreißen, das Gebäude, da kannst du kein Essen mehr zubereiten. Was ist das? Das musst du sanieren, das musst du renovieren, das musst du komplett kernreinigen, das kannst du nicht mehr benutzen, das ist das Gastding. Das ist eine Rolle von deiner Meinung. Meine Meinung? Ja. Es ist eine Rolle von der Palette. Es ist eine Rolle von meiner Palette. Du hast den Nerv, das zu mir sagen, wenn du nicht trainiert hast. Was hat die gesagt? Was hat die gesagt? Bis wir uns ein bisschen mehr ehrlich sind. Und die sind da alle angestellt. Guck mal, was das für ein Riesenteam ist. Die sind da alle angestellt. Ich habe nie gearbeitet in einem Restaurant. Ich habe nie gearbeitet in einem Restaurant. Das ist, als würdest du irgendeinen Influencer managen, aber du hast gar keine Ahnung, wie Social Media funktioniert oder hast noch nie Instagram benutzt. Digga, what the fuck? Was zum Teufel ist hier los? Ja, und wo kommt das Geld her für die Bezahlung der Angestellten? Das muss ja laufen. Gut, die machen auch Minus aber, ja. Oder du bist Koch, hast noch nie gekocht. Digger, er ist known for being an asshole, weil er fucking brutal ehrlich ist und einfach Ahnung hat, Digga. Hä, was habt ihr erwartet, wenn ihr jemanden da einladet, der so viel Expertise und Plan hat und in so einem... Digga, das ist wirklich dreckiger als ein fucking Schweinestall. Ich würde lieber in einem Schweinestall den ganzen Tag stehen, als in dieser Küche. Da würde ich nicht mal annähernd so abkotzen wie dort. Fuck. Ja? Ja, solltet ihr? Oh shit! Ah stimmt, das ist ein anderes Restaurant. Ja, ne, man. Aber dein Bestes ist einfach nicht genug und vielleicht bist du einfach nicht ein Maid dafür dann. Ja, einfach Kanye West, sein Sohn. Oder was auch mit? Ich glaube, das war erstens das ekelhafteste Video, was ich bezüglich Nahrungsmitteln jemals gesehen habe. Und ich bin einfach nur scho... Digga, es gibt...